Musik Jetzt setze ich die Zeituhr in Gang. Da war jetzt zum Beispiel eine Mine, muss ich mir einen anderen Weg suchen. Jetzt habe ich mich getroffen. Das war der erste Punkt, jetzt ist der Gegner woanders, ich bin da. Und die Mine sind auch wieder neu verteilt. Ja, so spiele ich also gegen die Zeit, gegen den Gegner und gegen das Mine. Und versuche möglichst viel Treffer zu haben. Es piepst nur ein bisschen. Es tickt, piepst. Da muss man schauen, dass man den anderen trifft. Kann da bloß eines schießen? Nein, das ist uns. Wir können schon beide schießen. Der eine ist der linke, das ist der linke und das ist der rechte. Jetzt habe ich den getroffen. Jetzt ist folgendes. Das ist die Melodie im Ding. Wenn sie da jetzt dreimal hinschießen, dann ist praktisch einen Schutz weniger. Jetzt haben wir schießen. Kann das nicht genau sein? Da werden sie die Schmerzen kommen. Kann das nicht? Zu den Zielen des Bonner Programms sagte Becker. Erstens, zweitens und drittens eine Hilfe für die. Diese Woche wieder ganz aktuell. Karl-Heinz Böhm, für immer zu den Ärmsten dieser Welt. Maria Schell, Rätsel um den Mann an ihrer Seite. Harald Junke, der Alkohol war stärker. Und der große Schicksalsreport, Liebe und Zärtlichkeit genießen kann nur, wer ausgeglichen ist. Anfließen, hören Sie Andreas Martin und den Duwein. Na ja, meine Rede ist ja immer, im Frühling hat jede Frau Appetit auf einen neuen Kopf. Neulich hat mir eine Nachbarin diese Rechnung gezeigt. Nein, der Himmel bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Da bin ich skeptisch. Nein. Herr Dr. Linn ist das richtig. Und jetzt eine wichtige Information für Zuschauer, die zu hohen Blutdruck haben oder übergewicht. Sie können mit ruhigem Gewissen... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Yeah, yeah, I can dig it, yeah. Right on. Yeah, yeah. All these chains and shackles. Yeah, yeah, yeah. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.